Und tschüss. Wieso tschüss? So. Ich würde sagen, die haben wir erfolgreich abgehangen. Abgehängt. Abgehängt. Aufgehängt. Aufgehängt. Ja, aufgehängt. Roman's Tuck, die sieht genauso beschissen aus wie vorher. Ich habe es nur noch ein bisschen passiert. Mit Dane? Ja. Nennen wir es Dane. Na, 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 na. Da bin ich. BAM, auf die Fresse. Okay. Dann fahren wir mal zurück im blauen Mänzchen. Okay, ich sollte die Kaltesflächern daran halten. Whatever. Ja. So, wir haben... Oh, verdammt. Das tut mir leid. Ich habe jetzt außersehen den Dialog mit dem Spinner weggeflickt. Das tut mir echt leid. Glaube ich dir irgendwie nicht. Nein, das tut mir... Das weiß nicht, was. Meine Mutter begreift in dem Zimmer. Meine Zimmer begreift in dem Dome. Äh, nee. BAM, 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 BAM. Kommt wieder. Meine Güte. Doch. Jetzt. Jetzt. Passiert das nicht. Das war's Wochen. Fangen wir zur U-Bahn-Station Wieso? Weil wir jemanden abholen müssen Was? Nicht wahr? Doch Wie hieß dat? Ich fühle mich noch ganz lebendig, dankeschön Meine Arme auch Dum 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 Meep 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 Die hat gerade ihre Einkäufe auf den Boden geschmissen War der Energy drin? Das ist... Ne Aber da war ein Pommes drin Oder irgendeine Tüte wo irgendwas Gefrorenes drin ist Okay Das kann ich durchgehen Wow, ich hab noch nie mit Tobi gespielt, also Obito Fällt mir grad auf Okay Oh Jetzt pfeffte ich, was daran zu schwer sein soll Sie sagt Sie sagt Zur Michelle Sie versteht nicht, dass sie leicht zu beeindrucken ist So Und sie ist mit Roman zusammen Mit Roman Das geht nicht in meinen Kopf rein Alter, wie soll ich dann gewinnen? Ja, ja, wünsche ich nochmal Tschüss Guckt ihr hinterher und tut es Danke schön Danke schön Oder reicht der? Der reicht Sorry für die Unterbrechung Weiter geht's Ernsthaft? Was? Ich hab nur einen HP Hm Da soll ich mit gewinnen Okay Nett Kamaru Das ist ein Polizeiwagen Noch ein Kamaru Und ein Posten der Zugbrücke Dann gehen wir uns mal einkleiden So Wir ziehen uns Okay Warte Arsch Ich sollte nicht gewinnen Ich sollte ausweichen Ich hab sie die ganze Zeit eingegriffen Ich sollte echt mal lesen, oder? Ja Sag einfach nein Junge, lesen Mit Ä Nase, ich auf Na Näh Borderlands können wir nachher auch nochmal aufnehmen Wenn wir Lust haben Vielleicht Wir haben erst so wenig Borderlands aufgenommen Wieso? Erst reicht ich gerade mal bis zum 23. Bis zu meinem Frühstag Mein Beileid Boah, ich hab's Irgendwie Es finden die Autos ganz schön Es gibt die Autos sogar sehr schön Es gibt bessere Schnauze Es gibt bessere Nein Doch, Michelle Hi Ja Nein Tu ich nicht Ich habe Ich habe Ops. So. Jetzt hat der das schöne Autocastet gemacht Dann nehmen wir halt den Ja, tritt ihn ins Gesicht Tschüss Nein, das wollte ich nicht Doch, freut Schnellen Schnellen ja ja und zählt es noch ich meine es ist mit in der super ultimativen attacke bedingen nicht erfüllt das war mit in der super attacke ultimativen ja 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 Ja, rück, komm, rück Ok, er ist ungefallen Da schlage ich mich nochmal nach Leck normal, normalerweise schon Ach, man, dann mach ich's halt ohne Super-Tackel Roman, ich bin schon im Auto Quasi Quasi? Ja, jetzt bin ich drin Bah, nee Und jetzt fahr ich los Zwar hab ich jetzt nur ein C Aber... Mal kurz k... Gucken! Nicht kangen! Mann! Diesmal war's nur ein Versprechen Ah, scheiße! So, kurz mal gucken Wie lange ich schon aufnehmen Das ist Die Sache, wenn man Schnell redet Das... Spiel schon mehrere Male durchgespielt hat Man weiß genau, wo der Gegner langfährt Und man kennt mittlerweile auch so Abkürzung Schack schackt an Palettenanladung bei Eher Spieler in einer Aktion Verstehe ich nicht Werd ich ja gleich sehen, was gemeint ist Ja, wahrscheinlich Ich nehm mein Lieblings-Team Der Hyuga-Clown Wo immer Naja, ist halt mein Lieblings-Team So 3, 2, 1 Alter, dann Ich... Ich geh schon mal vor, ja? Ich warte dann oben auf dich Du hast mir den Arm gebrochen Und jetzt? Jetzt hab ich dich auch noch verstanden Und jetzt? Naja Auf dir mal Lalalala Lala 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 Komm Ach komm schon So So Oh man, das schaff ich sonst nicht Ich muss 10 Treffer in Folge machen Ja, das will nicht so wie ich das will Einfach kurz wiederholen Da sind mir's schon was dran Okay, das waren... genug Ja komm Ja komm Ja komm Ach komm Na komm Na komm Sasuke Leg dich mit in die Yuga Kleinern Bye Bye Und ich hab auch noch Jo Ich wurde leider nur einmal getroffen Ich wurde nur einmal getroffen Aber leider Ist auch leider, weil ich nicht getroffen werde Naja, man kann nicht immer alles haben Ich will aber Tja Tobi, das war's mit deinem Part Und das war's für diesen Part Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Wenn's euch gefallen hat Gebt mir einen Daumen rauf Wenn's euch nicht gefallen hat Gebt mir einen Daumen runter Hinterlasst konstruktive Kritik Und Ciao Wow Ja Leute, er hat gerade GTA nebenbei aufgenommen Wenn ich Hier Bisschen auch aufnehmen Nur halt bei mir Ich bin mal eben kurz weg Ja und dann ist er mal kurz weg Oh Schon Und Aber schonасс Okay Okay. So, mehr brauche ich nicht. Ich mach das nur ungern bei Hinata. Und das war's mit dem Kampf. Oh, ich hab aus dem falschen hier Neji genommen. Ja, Chakra gut pflegen. Ich kann ja auch gleich meine gut pflegen. Ich mach das nur wenn's nur tut. So, dann machen wir noch die letzte Mission für diesen Rang. Ne, vorlesen Mission. Und dann gucken wir mal, was die Aufnahmezeit sagt. Kondor Teil 1. Kunst, das tausend Schimmer erfolgreich. Beide Spieler verfügen bei 30 Prozent. Okay. Ich nehm wie immer mein Lieblingsteam. Ich weiß aber nicht wer besser aussieht. Na, Schule? Ne. Obwohl... Ich weiß noch nicht genau wie's aussieht. Sagen wir's so. Konor. Genau. Konor. Konor. Hinata mit Schule und die Form. Konor-Kluck. Schatten. Schatten. und ja das war's ich habe es super wichtig ja genau wie super wichtig kannst du auch ohne schalke gewinnen hallo und herzlich willkommen zu let's play gta 4 mit mir dem toby michael schmidt in der conti und spielt naruto shippuden irgendwas mit drei ultimate ninja storm drei full genau da waren die drei ok das könnte ich keine der spieler kann blocken warte mal habe ich ja du kacke das wird eine harte mission also nehme ich hinata in schule ich habe jetzt noch meine lieblings hinata bleibt irgendwie die aus roto ninja die hatte sehr viel selbstverständlich bisschen zu viel vielleicht sogar okay 20 treffer in folgen und letzter schlag innerhalb von 60 sekunden ja ja blablabla scheiße ja 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 deine auto auch lumpfe okay kann er nicht blocken ich kann nicht blocken stimmt ja so dann holen wir uns einmal was zu essen vielen dank nicht sorry naruto hallo mein kamarooo kamarooo ich wollte nicht kamerad sagen ne 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 da habt ihr euch verhört verhört nehmen wir es verhört der kamaro ist wirklich perfekt allein beim driften was der kamerad ist perfekt scheiße jetzt habe ich es doch gesagt ja leute ja leute Wie es im nächsten Missionspart weitergeht Da mache ich wahrscheinlich die ganzen anderen Etwa spielen oder ein Kabarett Oder einen Komiker ansehen Ja Wenn ihr wollt schaut euch die nächste Folge an Die werde ich gleich in Anschluss aufnehmen Und wenn ihr nicht wollt Dann eben nicht Whatever Haut raus bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heiß Naruto Shippuden Ultimate Ninja Jeder Freund hat deine Lieblingsaktivitäten